Bist du mit im Party? Was ist denn? Player oder... oder Bots? Hey, wer ist das? Weiß ich auch nicht. 100 Megavolt Naja, also wenn sie gleich Mods haben, dann gibt es da recht viele Fahrzeuge. Wie auch den anderen. Schöneres Föder. Der landet hier vorne. Ah, den Tankschirm. Oh man, ich bin nicht dabei. Da kommt halt so ein Typ, weißt du? Und er meint, er könnte mir mal so richtig schön... Richtig schön in ne Fresse reinhauen. Verstehst du? Aber ich lass das nicht mit mir machen. Verstehst du das? Ich hau dem selber mal eine rein. Ja, was mach ich? Ich hau dem selber eine rein. Scheiße. Ja, haben erwischt. Aber da komm ich auch nicht hoch. Bei der Heli kann ich nicht glauben. Der WD-Slayer-PT. Boah. Ach, das ist ein NPC. Aber da war ein Spieler, den ich da rausgeschossen hab, da aus einer Heli. Bei mir steht, Monzy was killed by NPC. NPC. Aha. Okay, respawn. Boah. Das war ja lustig. Dummer Sache. Wo war der denn? Wo ist er denn? Ah, da kommt einer hin zum Heli. Mit Motorrad. Ich such mal hier so ein bisschen die Gegend ab. Oh, der ist irgendwann auch gegangen. Der hat bescheidig aber Joel. Ne, doch nicht. Der hat mal die Meldung gesehen. Und dann, hab ich dir auch noch eine rein. Und deinen Freunden auch. Durchgestopft. Ich hab den zweiten. Oh. Jetzt kommt der mal ein Motorrad. Da war doch noch einer drin. Den hab ich auch weggemacht. Dem Heli. Aber der hat mich weggemacht. So, und jetzt, jetzt hab ich den auch weggemacht. Ich mach ja nur weg. Ich bin der Wegmacher heute. Der Aufräume. Ja. Der Cleaner. Okay, der fliegt mal richtig schön. So. Schön, dass wir das Feuerwerk gleich sehen können. Okay. Ja, das war genau wie damals. Als ich deine Freunde fertig gemacht hab. Ja, weißt du. Das hat so richtig BÄM gemacht. Verstehst du? Und dann zipp bei dem Böller. Hört zwar nicht schlecht aus. Ich hab gleich mit viele Böller gekriegt. Ja, ich auch. Ja, das ist eigentlich eine ganz coole Angelegenheit kämpfen. Also, das macht mir jetzt schon ziemlich Spaß. Also, ich weiß nicht, ob du schon mal gekämpft hast. Aber ich mach das eigentlich ganz gerne.